Servus Leute, hier ist euer Danny Box und heute ist das alles Gute, speziell wie der Teil 16 da. Uuuuh, 16. Uuuuh, ja. Okay Leute, heute sein Spitzname, sollte ich es vorsagen, heißt Lalle. Er wird 21 Jahre alt. Und ich sollte noch so ein Lied, dein Lieblingslied, sollte ich noch einspielen lassen. Let's go. Und ich sollte noch alles Gute zum Geburtstag sagen. Von der Selina, Johnny, Adi, Kolja und allen. Okay, feier schön und ja, ich hoffe, dass es... Ich hoffe, dass es viele anschauen. Wenn du es teilst, ja. Okay, ja, das war das alles Gute, speziell wie der Teil 16. Alles Gute zum Geburtstag nochmal und ja, mach es mal gut. Bis irgendwann mal, meine Leute. Also, haut rein. Uuuuh, ja, ja, ja. Bis dann. Bis dann.